Entlang der Atlantikküste Richtung Norden geht es nach Esauira, der Weißen Erle am Atlantik. Die Küstenstadt ist Treffpunkt vieler Künstler und Individualisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kasablanca ist eine moderne Wirtschaftsmetropole und die wichtigste Hafenstadt des Landes. Die Hassan des Zweiten Moschee in Kasablanca ist eine der größten Moscheen der Welt. Ihr Minarett ist mit 210 Meter Höhe das derzeit höchste Minarett und das höchste religiöse Bauwerk der Welt. Sie wurde anlässlich des 60. Geburtstages des ehemaligen marokkanischen Königs Hassan des Zweiten erbaut. Die Hassan des Zweiten Moschee in Kasablanca ist eine der größten Moschee in Kasablanca ist eine der größten Moschee in Kasablanca ist eine der größten Moschee in Kasablanca. Rabat ist seit 1956 die Hauptstadt Marokkos mit dem Regierungssitz und der Residenz des Königs. Musik Musik Kaspar Kaspar ist in der ursprünglichen Bedeutung die arabische Bezeichnung für eine innerhalb oder außerhalb von Städten gelegene Festung. In der Antike war Volubilis eine wichtige römische Stadt am westlichen Rand des römischen Herrschaftsbereiches. Die Stadt wurde etwa 40 nach Christus erbaut, möglicherweise an der Stelle einer katharischen Siedlung aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. Untertitelung des ZDF, 2020 Mulai Idris ist eine Stadt in der Provinz Meknes. Wegen des hier befindlichen Grabes des Staatsgründers Idris I. gilt sie bei vielen Muslimen als heilig und durfte bis ins 20. Jahrhundert nicht von Ausländern betreten werden. Die Stadt wurde im Jahr 788 von Idris I. gegründet. Die Stadt wurde im Jahr 788 von Idris I. gegründet. Die Stadt wurde im Jahr 788 von Idris I. gegründet. Die Stadt wurde im Jahr 788 von Idris I. gegründet. Die Stadt wurde im Jahr 888 von Idris I. gegründet. Oh, yeah, lalab Bih, ghanati lalatya Untertitelung des ZDF, 2020 Fies ist die älteste Königstadt und das geistige Zentrum des Landes. Für viele Gläubige ist Fies auch eine der heiligen Städten im Islam. Musik 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 Marrakesch liegt in einer Ebene nördlich des Hohen Atlas in einer Höhe von 450 Meter und zählt neben Megnes, Fies und Rabat zu den Türen. Vier Königstätten Marokkos. Musik 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 Ja, super. Das war's. 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 Das war's.